Das hat sogar in die Kirgut gefallen, wie da die starrische Tanzmusik musiziert hat oben in luftiger Höhe. Jetzt werden Sie Augen und Ohren machen, weil jetzt haben wir ein ganz junges Talent auf der Geige gefunden. Die ist ganz aus der Nähe. Anna Trippel ist der Name und natürlich ist der Apfel nicht weit vom Stamm gefallen. Auch der Papa ist ein Musikant und der begleitet jetzt die Anna mit der Harmonika. Er ist ein Musiklehrer für Hackbrett und Harmonika und verschiedenes andere, ist aber nicht der Geigenlehrer. Und ein Freund des Hauses Trippel ist der Fritz Pfeilstöcker, der begleitet mit der Gitarre. Und da haben wir das junge Madle unsere Geigen, Solistin sozusagen. Wie lange spielst du eigentlich schon Geige? Vier Jahre. Vier Jahre spielst du schon, das hat also mit drei angefangen, das junge Madle. Und das ist natürlich gut bei einem so schwierigen Instrument. Und welches Stückl spielst du uns? In der Au. In der Au, das ist ja Flotte Polka, ich kenne das. Hat sogar einen relativ virtuosen zweiten Teil. Wir wünschen ihr viel Glück, gutes Gelingen. Nachher legt's los, bittchen. Anna Trippel. Anna Trippel. Musik 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 Sieben Jahre jung, das muss man sich einmal vorstellen. Musik 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 Gut, dann viel Freude mit diesem Walzelle-Frühlingserwachen. Herzlichen Glückwunsch zum Hochzeitstag. Hey, gratuliere, alles Gute. Gratuliere. Dankeschön. Bitte. So, Anna, machen wir Platz. Wiederhören. Wiederhören.